Hallo, werte Anhänger und Anhängerinnen des KULS, schön, dass ihr da seid. Ich aber mache heute mein erstes Afterplay-Review von dem Spiel The Story of Henry Bishop. Ich habe mir vorgenommen, nach jedem Gameplay auch ein Review zu machen. Und ja, wie gesagt, mein erstes Game, The Story of Henry Bishop, erstes Playthrough, habe ich jetzt hinter mir. Und jetzt kommen wir gleich mal zur Bewertung. Zwei wichtige Punkte im Voraus, nämlich zum einen, wichtig ist, wir bewerten das Game für das, was es ist. Das heißt, wenn wir ein Indie-Game spielen, bewerten wir es nach einem Indie-Game-Standard. Das heißt, wir vergleichen jetzt nicht Äpfel mit Birnen und sagen, hey, die Grafik ist viel schlechter, als bei den Evil 8. Ja, willst du wahrscheinlich sein beim Indie-Studio, heißt aber ja natürlich nicht, dass es schlecht ist. Das heißt, wir vergleichen einfach das, was das Spiel sein will und ob es das erreicht hat. Zweiter Punkt, das, was ich jetzt in meinem Review erzähle, ist natürlich meine eigene Meinung. Jeder mag andere Games, jeder findet andere Szenen, andere Dinge spannend in den Games. Das heißt, schaut es euch vielleicht auch direkt selber an, kauft es das Game, Link ist in der Description. Und dann könnt ihr auch euch eine eigene Meinung bilden, aber was ich jetzt hier erzähle, ist einfach nur, wie ich das Game während des Let's Plays wahrgenommen habe. Unten seht ihr die Game-Ausschnitte, links aber seht ihr den Bewertungsbaum. Legen wir gleich los mit Punkt Nummer 1, nämlich der Story. Die Story ist relativ Standard und nichts, was man nicht schon gehört hat. Ein Mann geht in ein Horrorhaus, um Nachforschung anzustellen, erfährt natürlich ein schreckliches Geheimnis, trifft auf schreckliche Kreaturen, die er besiegen muss und erfährt so das dunkle Geheimnis des Hauses. Nichts, was man nicht schon gehört hat, das heißt aber natürlich nicht, dass die Story schlecht ist, nur weil man sie schon gehört hat. Sind wir mal ehrlich, in Horror-Games, wie oft geht man in Horrorhäuser? Wie oft trifft man auf Horror-Kreaturen in den Horrorhäusern? Eigentlich die ganze Zeit, Resident Evil macht nichts anderes, manchmal macht Silent Hill oder andere große Sachen nichts anderes, als dass man eben Gebäude für Gebäude durchgeht und da den Horror erlebt. Die Story selber ist aber gut geschrieben, ich finde, das hat einen schönen Touch, weil es so ein bisschen was Afrikanisches hat, das macht es ein bisschen erfrischender, hat man eher selten, dass es so in den Bereich von Voodoo und Ähnlichem reingeht, hat mir deswegen sehr gut gefallen. Ist eine solide 3. Zweiter und mitunter auch ein sehr wichtiger Punkt, Schock-Value und Gruselfaktor. Den fand ich durchaus beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich diverse Male furchtbar erschreckt, weil einige Jumpscares drin sind, fand aber auch die Atmosphäre im Ganzen ganz schön creepy. War gut gemacht. Man kommt an ganz verschiedene Orte, also das Haus hat ganz verschiedene Szenarien, die ich alle ziemlich gut fand. Ich habe mich eigentlich durchgehend gegruselt und das ist ja eigentlich das, worauf es beim Horrorgame ankommt. Deswegen vier Punkte von fünf Punkten ausgezeichnet gemacht, wie ich fand. Die Atmosphäre, das Gleiche. Die Grafik ist vollkommen, vollkommen kohärent. Das heißt, da fällt nichts irgendwie raus oder es gibt keine Passagen, wo ich sage, die sind unschön gemacht oder ähnliches, sondern es kommen immer wieder Momente, wo man sich gruselt. Man kann das natürlich nicht mit den absoluten staunenden Momenten vergleichen von AAA-Games. Oder du sagst, ja Wahnsinn, also hier, als ich den Berg runtergekommen bin, das war ein Augenöffner. Das war ein Augenöffner, das mit Gänsehaut über den Rücken gejagt. Aber dennoch war das vollkommen solide. Die Räume waren gut anzuschauen, es war gruselig. Die Zeichen waren gut. Am Schluss kam man dann in so eine sehr neblige Gegend. Das hat mich so ein bisschen an Silent Hill erinnert. Natürlich sehr weit gegriffen Silent Hill erinnert. Aber das war vollkommen dicht, war vollkommen cool. Vier Punkte von fünf Punkten. Zuletzt kommen wir zum Gameplay. Nämlich, wie spielt sich denn eigentlich unser Spiel? Ihr Spielen tut sich überraschend abwechslungsreich. Am Anfang dachte ich, könnte so ein Walking Simulator sein, wo man das Gefühl hat, man fährt aus einer Geisterbahn durch. Und erschreckt sich halt an bestimmten Punkten. War es aber gar nicht. Es gab Rätsel. Die waren, also die waren nicht so, dass ich da saß und dachte, wie kann ich die lösen? Sondern die waren einfach und waren auch relativ schnell kombiniert. Aber schön, dass es überhaupt Rätsel gab und eben nicht diese besprochene Geisterbahnfahrt war. Wo man eigentlich das Gefühl hat, man kann eh nichts machen, außer sich gelegentlich mal erschrecken. Und am Schluss gab es nochmal eine Überraschung. Da wurde es dann plötzlich ganz schön martialisch. Als du dann plötzlich Waffen hast, hast du mit einem Knüppel einen niedergemacht. Hast dann auch eine Shotgun am Schluss bekommen, hast rumgeschossen. Da gab es eine kleine Schwäche, weil die Hit-Detection und das ganze Feeling natürlich nicht wie ein Shooter ausgelegt war. Weder noch für ein Hack-and-Slash ausgelegt war. Deswegen habe ich auch schon in anderen Reviews gelesen, warum muss ich am Schluss noch kämpfen? Es sind aber Szenen, die sind nicht wahnsinnig lang und die stören nicht. Im Endeffekt, wenn die Hit-Detection schlecht ist, stirbst du halt mal, dann probierst du es nochmal. Und beim zweiten Mal schaffst du es eigentlich. Deswegen, wie gesagt, hat es seine Schwächen gehabt. Am Schluss kam es mir auch sehr viel vor, dass da sehr viele Kämpfe auf einen draufgeschmissen wurden. Aber war nicht so, als würde es jetzt einen großen Teil des Spiels ausmachen. Deswegen, drei von fünf Punkten. Und jetzt kommen wir noch zu so ein paar Bonuspunkten, die ich gerne verteile oder immer in meinen Review-Area, wie wir es verteilen möchten. Nämlich Punkte, die mir besonders aufgefallen sind. Und was mir am Anfang schon aufgefallen ist, es ist ein Ein-Mann-Entwicklungsstudio von Blaze Games. Und trotzdem haben sie es geschafft, eine richtig gute Übersetzung zu machen, die natürlich nicht fehlerfrei ist, weil es ist ein Indie-Entwickler. Und natürlich ist hier oder da mal ein Wort abgeschnitten im Text. Aber grundsätzlich hat es viele verschiedene Sprachen, ob es jetzt Spanisch ist, ob es Italienisch ist, ob es Deutsch ist. Ihr seht es ja selber in Steam, wie viele Sprachen dabei gefügt sind. Und das finde ich immer lobenswert, dass man ein Game einfach der Öffentlichkeit zugänglicher macht. Weil man hätte das Game ja auch nur auf Russisch machen können oder nur auf Englisch. Aber so konnte ich es wirklich wunderbar auf Deutsch spielen. Das war gut. Deswegen, ein Bonuspunkt. Zweiter Bonuspunkt. Die Sprache und die gesprochenen Dialoge. Wir werden jetzt viele von euch sagen, hey, aber ich habe das Game auch gespielt, JHD. Und mir ist aufgefallen, das hört sich manchmal gar nicht professionell an. Ja, stimmt. Zum Beispiel, wenn das Mädchen spricht, hat es einen wahnsinnigen russischen Akzent. Und es kommt wahrscheinlich nicht so rüber, wie es rüberkommen soll. Aber der Hauptprotagonist ist gut gesprochen. Wir sprechen hier immer noch vom Projekt, das ein Mann auf die Beine gestellt hat. Und da finde ich es einfach eine wahnsinnige Zusatzleistung, dass man überhaupt eine Sprachausgabe macht. Weil normal sehe ich das nicht bei Indie-Games. Da stöhnt manchmal der Protagonist oder schreit, wenn er getroffen wird. Aber das war auch schon alles. Und hier sind ganze Texte und in den Zwischensequenzen komplett vertont. Und auch wenn es natürlich nicht die Top-Vertonung für Hunderttausende von Euro ist, ist es trotzdem eine Vertonung von Indie-Studio. Und das finde ich mutig, das finde ich cool. Deswegen gibt es einen Punkt zusätzlich. Der letzte Bonuspunkt ist, dass der Entwickler sich dazu entschlossen hat, 50% seines Gewinns an wohltätige Zwecke für Kinder zu spenden in seinem Land. Und das finde ich cool, das finde ich außerordentlich, finde ich gut, dass man nicht sagt, hey, klar, das ist mein Projekt, da schaue ich, was an Umsatz rumkommt. Und dann gehe ich cool einen trinken und so weiter. Soll er natürlich hoffentlich auch machen, kommt schließlich aus Russland, wird bestimmt einiges getrunken haben, nachdem sein Spiel veröffentlicht wurde. Aber solche Wohltätige Zwecke will ich einfach belohnen. Deswegen, zack, hier nochmal ein Bonuspunkt. Und ja, das war das Review. Hinterlasst gerne ein Like und ein Subscribe natürlich, wenn ihr weitere Review-Videos sehen wollt, nach meinen After-Let's-Play-Partys sozusagen. Danke, dass ihr zugeschaut habt, danke, dass ihr mir zugehört habt. Vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen bessere Übersicht über das Game. Ich fand's, beide Daumen hoch, ziemlich cool. Freue mich auf das nächste Shop-Projekt und hoffe, dass das wieder ein Game ist, das ich durchwegs positiv beurteilen kann. Macht es gut, mögen die Alten mit euch sein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.